Moritz, du musst immer callen, wenn du ihn suchst. Ich bin's nicht. Ich bin's. Auch nicht. Der darf nicht sein. Ransist! Ich hab keinen zu laufen, ne? Fuck, ich hab keine Aufgabe hier. Bei 5 darf ich, ne? Ja. Ja. Wahrscheinlich was. Jungs, sit in? Nein. Nein, 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 nein. Na gut, ich bin hier nicht allein. Das macht's nicht besser! Ist er da? Oh! Oh! Ich hab ihn bei Rektor abgehangen. Shit, Alter! Gibt's noch Fabep? Nein, 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 Fabep ist tot. James, lässt du mich die Aufgabe machen? Das ist alles ne Frage der Zeit. Ich hab noch eins, ich hab noch eins. danke aufgaben machen denk dran erzählt vor reaktor achtung erzählt vor reaktor scheiße hat getötet er habe ich gehört in tod übrigens ja was geht mit den tasks ich muss noch meine drei jahres machen jungs tut mir leid aber der hat mich in reaktor festgehalten hat einfach davor gechillt leute ihr habt es bald geschafft also da tatsächlich fertig was habt ihr denn für task gehabt dass ich so schnell fertig ich hatte letztes mal asteroids download und ich hatte wire start reaktor und divert power also ich habe zwei ich frech wäre vor dem reaktor gewartet hat ich bin es nicht ich bin es also war er noch auf also ich glaube los info geben wenn es nicht nach rechts junge wer von euch rent in cafetieria großen kreis keiner außer marvin der hohlkopf achtung achtung communication storage lower engine lower engine fuck ich bin hängen geblieben ja kein stress wo info hi jungs keiner redet was ist da los ja weil keiner entzieht ich habe ihn gerade gesehen ich habe ihn gerade gesehen wahrscheinlich ich habe ihn gerade gesehen er ist nicht im band gewesen er war nicht im band bis er durchläuft er war nicht im band ich bin doch tot mann ach so ach so ja wo seid ihr ich habe andy gerade gesehen seid ihr etwa in reaktor ich sehe farber farber wie geht's gut 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 lange nicht mehr gesehen wo hast du schon einmal durchgerannt jungs beeilt euch beeilt euch mit den tasks bin dran bin dran bin dran ich sehe keinen mehr ich habe meine fertig ich habe meine fertig aber download in electrical dauert immer so lange aber das war ein schlimmer call sag sowas nicht vielleicht war es auch nur ein blöd doch schatz warum soll ich moritz fischer moritz äh cafeteria wer braucht noch tasks wer hat noch welche ich wo noch eine wo oh oh seht ihr jemand ja hat er geschnaupt wie ein pferd ich sehe euch beide ich sehe euch beide oh no come on come on macht an die fans ich bin fertig ich bin fertig ja passt du security reaktor oder security und vorab und marvin war ein electrical was ist da los ich bin es nicht ich bin es auch nicht ich bin es nicht ich bin es no way es hat jemand gesagt wer ist es es hat jemand gesagt moritz lauf weg moritz lauf weg ich komme ich komme ja bruh alter moritz wird gerade gejagt er war gerade bei youtube navigation navigation nein moritz lauf weg andy hackst dir du sagst er war gerade bei youtube dann ist ja klar wo du bist ja aber er ist doch mit durchgerannt papa war gerade bei comms er war gerade bei comms storage oh man andy papa hast du mich gesehen nee nee na gut ich habe nämlich gerade in comms gedownloaded er hätte nicht gewusst dass ich da bin James hi Jesus das war echt stress weil du bist so kurz stehen geblieben farber dann dachte ich so fuck jetzt hat er mich gesehen ich habe überlegt ob ich reingehen soll und dachte ich ach voll selten dass da jemand ist sein glück dass du es nicht getan hat getan hast ich hing ich hing alter nein alter über den tisch über den tisch äh 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 storage rennt da rum storage richtung electrical richtung lower engine fuck alter ich wusste dass das upload machen direkt schon ein Fehler ist äh man darf als als äh crewmate glaubt nicht äh cafeteria war es das crewmate nicht in camps oder doch warum nicht ich hab gedacht man darf als imposter nicht als imposter darfst du nicht ich dachte sowohl als auch also er war gerade cafeteria ja gut dann sagen wir einfach camps in einfach allgemein niemand darf irgendwas benutzen außer admin table ja stimmt admin table sieht man nicht wer wer ist äh storage das war knappe Kiste also ich bin fertig mit meinen tasks ich äh auch bald aber ich muss gerade mal wegrennen ja ja kannst du ihn jetzt dann abhängen eigentlich ja aber man darf nicht wenden gell oh achso deswegen habe ich mir schon gedacht wie kommt der so schnell von electrical zu jungen das ist das erste mal dass ich gewendet habe ja es ist kein problem helfe Marvin alter was rennt schlichen du da rum äh ich hab schon mich hat mal kein passwert ja aber das ist nicht wahrscheinlich bei Marvin der redet so viel über finanzen da weiß man nicht ob er WTF oder ETF WTF WTF nee aber der vent hat dir ja nix gebracht aber nur dass du es weißt man darfst halt nicht ja 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 alter mal das ist mal das erste mal ja ok ok dann warst du halt schnell unterwegs ich bin's ayo ayo ich bin's ich muss fake tasks machen es geht los es geht los er renntet erstmal den Cafeteria oben rum schätze ich er geht erstmal in admin er geht erstmal in admin weil er weiß dass jeder cardzeug hat nein hab ich gar nicht was redest du denn fabian hey was denn ja er geht admin er geht admin ja was war er Marvin ist hä er war ja nicht mal admin hey hey was steht dein Problem grad nicht jungs jetzt hört mal auf so toxic zu sein ich hab mich auf so toxic ich hab mich auf so toxic ich hab mich auf so toxic und rat mal wer gegenüber von mir steht admin admin nein kann man dir noch vertrauen storage ich war in admin das steht dein Problem grad nicht diskutiert jetzt nicht mit dir ist du hast gesagt der ist der admin ich glaub man ist doch plötzlich im anderen ja das war genauso spekulativ wie du spekulativ was gesagt hast äh ist Moritz tot? ah nein Moritz liegt noch gut ersch richtung rechts scheiße Marvin danke dass du an mir durchgerannt bist ich bin nicht richtung rechts mir egal orientiert ich bin fertig mit meinen Tasks ich auch ich hab noch ne ich hab noch eine ganz entspannte so wie es eigentlich sein soll oh oh mein gawd äh storage echt? admin nein man hat so bisschen admin find ich das ja Marvin ist richtung navigation gelaufen ich bin fertig mit meinen Tasks ich bin fertig Tasks man ich bin doch niemand mehr Marvin ich bin die halt die ganze Zeit er hat so Richtung navigation gelaufen ich bin ich dir hinterher gerannt weil da meine letzte Task war Moritz red doch mit den Leuten du musst noch Tasks machen ich bin fertig Moritz spielt mehr mit Marvin als mit seinen Teammates er ist er ist cafeteria oben rum ja hä was ist denn das für ne kill distance alter ja ich hab's aber auch gedacht normal wer hat seine letzte Task noch nicht gemacht Andi wahrscheinlich Marvin ist bei Security durch Marvin ist bei Security durch Marvin ist bei Security durch Moritz bist du durch? hä ja ich bin schon lang durch wer ist nicht durch? ich bin auch durch ich bin auch durch wer war's jetzt? Moritz du musst sagen du musst nein ich war's nicht Moritz du musst doch sagen wenn Marvin dich zieht nee ich hab schon längst fertig gewesen nee ich hab schon längst fertig gewesen